Heyho, hier ist euer Ali Talk mit dem Let's Play zu Black Desert. Ich habe die Rebellen hinter mich gebracht und wir machen uns auf den Weg nach Glish, wie ich es beim letzten Mal auch gesagt habe. Mein Questbook quillt ein wenig über, das liegt daran, ich habe die Handwerksquests begonnen. Ist auch ein guter Tipp, wenn ihr Energie braucht oder Beitragspunkte, die Handwerksquests zu machen. Allerdings, kleine Warnung, das ist ein endloser Queststrang. Der wird euer Questbook zurück überlaufen bringen und es ist sehr zeitaufwendig. Aber da lernt ihr alles über die grundlegenden Handwerke und so weiter. Also schon irgendwo lohnenswert, aber man muss schon Zeit mitbringen. Also ich habe da jetzt locker schon 10 Stunden reingesteckt und ich bin jetzt gerade mal die Anfänger-Dinger durch. Also ich hatte es so etwas zur Первlichen Zeitung. Was ist das? Ja, ich wollte mein Windows neu aufsetzen, um zu gucken, ob ich dann das neue Mikro und Co. vernünftig zum Bauchen kriege. Ah, irgendwie erkennt mein Windows die CD zur Zeit nicht. Da werde ich morgen schauen. Also morgen ist wohl schon in der Vergangenheit, dass ich es so dann zum Laufen kriege. Noch habe ich ein, zwei Alternativen, die ich Windows doch vielleicht austricksen kann. So, dann haben wir den Windows doch schon durch. Können wir schon wieder in den Schwarzgeist rufen. So, hat der auch ausnahmsweise mal nix zu melden. Dann können wir der Straße weiter folgen. Und hier rüber zum Nordwestlager. Wo was haben wir hier? Nee, dann gehen wir erst zum Zentrallager. Das ist näher dran. Ich habe auch fleißig Arbeiter durch die Gegend rennen, dass ich Ressourcen zum Herstellen kriege. Denn über Alchemie könnt ihr euch MP-Tränke herstellen. Die heißen allerdings nicht MP-Trank, sondern Kräutersaft. Über das Kochen könnt ihr euch LP-Tränke herstellen. Die heißen dann Kräuter... äh, heißen dann Feldsaft. Und den haben wir direkt abgeschlossen. Das war eine Handwerksquiz. Die erkennt man immer durch die schönen Symbole, die dann obendran hängen. Das ist immer gut. Die müssen wir hier finden. Nein, den können wir aber auch noch nicht. so dann gehen wir mal Buschspinnen klopfen alles was hier so kreucht und schleucht ho 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 Oh Okay, der war jetzt nicht gewollt So schnell kann's gehen Oh, doch, natürlich können hier Spinnen rumlaufen Wieso denn nicht? So, sonst will keiner mehr was von mir Now I'm even thinking people are spiders You're an adventurer, but this place Oh, nö Naja, jetzt haben wir sie angenommen Wo müssen die hin? Zu Lard Er ist Lard Ich kann nicht ein Lard Ah, Lark heißt außerdem Oh, oh Oh, nö Ist auch schon plisch Oh 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 Das ist ja nicht ganz so lahmarschig Da hatten wir schon Schlimmere Oh 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 Ist das Oh Oh Ah Ah Oh Ah I only deal in the best weapons. Every usable weapon in Glish was born from my hand. Where are you from? Where are you from? My husband is taking good care of this town. Always carry potions with you. You simply can't predict when you'll meet with danger. Flowers that bloom in the dark are most beautiful. That saying must have been made with me in mind. Apparently there's a secret cave beneath the ground near our town. You'll find mushrooms in moist marshlands. Be sure to bring a hoe. I have potions made by Fra Harau himself. Storing items is the first step for a safe journey. This place is suitably creepy for such rumours. I want to get back to Hydal soon. Okay, well, it's my job to guard the... The cult is for sacrificing humans. Fogans are... Ah, true pain. Yeah, we'll be able to fight with quests and quests. If your sword and shield are working well, check their durability. If there are still the manufacturing quests to come. When the durability of a piece of armor runs out. Let's get to know what we can learn. They're like a woman's eyes. Oh, no luck. Have I not caught it yet? Hey, look what the cat dragged in. Another rookie. Are you here to see my wares? You can't speak with your food, right? You can't speak with your food, right? So, are we going with this blöden Trigger? I'm going to go with this blöden Trigger. Are you here to see my wares? No, we'll come back later. That's kind of a factory quest. Nice to meet you. It's dreary here, right? You have to be more vigilant in this kind of place. There are two gems in this village. For Haral and my wife. Haha. Mark is a wonderful woman. So, wir haben hier noch ein paar Unbekannte, mit denen wir reden müssen. Wir haben hier ein paar Unbekannte Freunde. Wie möchtest du meine Kleine? Willst du sie versuchen? Denken Sie mir an. Bitte nicht die Nagas. Die Frieden zwischen Nagas und Menschen führen zu grossen Entwicklungen in kraftwerken. Die Naga-Naga-Gültere ist einfach großartig. Sie können sie auf dem westen von Elda Farm sehen. Okay. Das ist schön, wenn zwischendurch einfach mal so ein paar Viecher weggeklatscht hat. Und dadurch die Quests instantan wieder abgeben kann. Das hat echt viele Teile. Ja, wäre zwar besser, aber nee. Die Dinge, die wir durchführen, kommen zum nächsten Mal. Hi there. Die Energie über dich ist ähnlich wie meine Freundin. Ich bin mein Freund Freund. Ich bin mein Freund. Doe ich heute machen? Ich bin mein Freund. Nein, er hat auch keine Hilfe. Wie ihr seht, hier stapelt sich das Wissen dann ziemlich heftig. Storing items is the first step for a safe journey. My husband is taking good care of this town. I have potions made by Fra Harald. I have potions made by Fra Harald. I have potions made by Fra Harald. What do you want to do? I can't believe this. I can't believe this. Aber sie kommt von dort, wo Eden gegen die Nagas kämpft. Wieso lassen sich Menschen nur auf solche Überlanglosigkeiten ein? Der Hass allein leitet diese geblendeten Narren. Solche Gefühle habe ich zum Glück nicht außer Frust oder Reue. Versteht ihr mich? Joa, irgendwie schon. Die Nagas, die sich hier im Sumpf herumtreiben, ich kann ihre Kraft nur ganz leicht spüren. Wenn ihr ebenso neugierig seid wie ich, greift sie an und dann können wir beide mehr über die Kraft erfahren. Ich bin nur mit der besten Weapons zu tun. Ich bin nur mit der besten Weapons zu tun. Man, wo ist der Fall, der keine Miete zahlt heute? Man, wo ist der Fall, der Bette war einfach sehr wunderschön. Ich finde meine Weapons eine Familie. Diese Longsword? Adventurer, schön zu sehen. Als ich hier bin, die Stadt ist sicher. Hey, look what the cat dragged in. Another Rookie. If you expected a warm welcome. The history of this town is horrible. I knew something here. I'm looking for the last infoquille about the ruins. Aliston told me about you. The things we went through will come to light someday. The energy about you is similar to that of my old friend. It's dreary here, right? You have to be more vigilant in this kind of place. There are two gems in this village. Frejarao and my wife. You should check out the potion my wife sells. I don't think so. Now we have to go down here. God, we have to kill you. I don't know. God damn frogs. You regret the day you were born. And I heard a terrible incident occurred. I just about expected this. I don't know what Donat was looking after. He must have had a reason for the destruction of the office. What's clear is it has nothing to do with the alchemist. There must be some clues. There must be some clues. My deputies have already searched here. My staff have already searched everything. The device was broken before we came. As you can see, the device was broken before we came. But did you say you were good at the scene? Now would be the perfect time you show what you know. Wait a second. Wait a second. What? What the hell? What the hell? Do you see it too? Do you see it too? I knew there would be a clue. I knew there would be a clue. I knew there would be a clue. This looks like some kind of record. This looks like some kind of record. It looks like the signatures. Oh man. Oh man. Eden said there was a clue here. It was true. I think it has something to do with the Glish ruins incident. So, they send us then again, the Rhyden from Glish to discover. Perhaps it is the best one. I think it's good when ... ... ... ... ... ... ... Puh, wieder frische Luft. Wir haben nichts mehr für uns. Jetzt kann ich was nachgucken, was mich schon an der Zeit interessiert hat. Ja, dann müssen wir tatsächlich die Grundstufe von Frost lernen, damit wir die anderen beiden lernen können. Schade! Ah, fünf Punkte. Wird uns nicht umbringen. Im Blitz voranklicken wir mal das ganze gesammelte Wissen weg. So, und schon sieht unsere Karte richtig heftig aus. Naja, da haben wir auf jeden Fall einiges zu tun, würde ich behaupten. Und wenn wir uns schon überall durchschnitt sind, können wir auch seine hier annehmen. Guck mal, die gleich parallel machen. Guck mal, die gleich parallel machen. Und jetzt haben wir alles angenommen, was wir annehmen können. Und jetzt haben wir soweit alles angenommen, was wir annehmen können. Dazu noch extremst Wissen erlangt. Und sind halt endlich im Glisch angekommen. Guck mal, lass uns den mal aufhören. Ich dachte mir, ich werde einen Nagake machen. Die Leute würden ihn lieben, nicht wahr? Äh, es kommt öfters mal vor, dass die UI sich verabschiedet. verabschiedet, wie es jetzt auch da oben ist. Und dann gibt es dann diesen ganz einfachen Trick. Drückt Enter, slash Reload UI. Dann kommt es jetzt einmal kurz zu einem Standbild. Und zack, hat alles wieder seine Ordnung. Oh Gott, und jede menge Schrotter haben wir wieder bekommen. Unsere Stadt ist nur ein kleines Hamlet. Aber ich denke, dass die Exzessive Gründe die Missforschung verbreitet. Es gibt ja noch die Tauschquests. Bei Rüstungsteilen gibt es da wohl zur Zeit einen Bug. Da lohnen sich die Quests nicht. Denn ihr kriegt keine Rüstungsteile. Also wenn ihr irgendwas extra sammelt, um es gegen Rüstungsteile zu tauschen, lasst es. Ihr werdet sie nicht kriegen. Es ist doof. Ich muss es zugeben. Aber es ist leider zur Zeit so. Ja, die hätte ich jetzt auch verkaufen können. Aber... Nee, keine Lust. So, aber unsere Zeit ist auch schon wieder rum. Beim nächsten Mal geht es dann los. Fleißig Nagas klatschen und Co. haben wir jetzt mehr als genug Aufträge hier in der Umgebung. Und mal schauen, wie weit wir kommen. Unter Umständen... ...werden wir dann noch hier oben im Lager rumschneiden. Und hier unten. Aber das wird sich zeigen. Was haben wir hier? Ah, und da müssen wir noch Zinherz abbauen. Hier müssen wir Feuerblattblumen sammeln aus Wildkräutern. Also wir haben auf jeden Fall reichlichs zu tun. Und da haben wir die Quest bekommen, dass wir Flusswasser sammeln sollen. Das legen wir dann mal hier hin. Denn das ist fix erledigt. Da brauchen wir uns nur einmal kurz ein richtiges Wasser knien. Die Flasche auffüllen. Und das war's dann auch schon. Die größte Regretung, die ich habe, ist, dass ich nicht hoffen war. Die Flasche, die sich verabschiedet haben. Ich habe eine Schmerz in die Aas. Sie haben immer gesagt, sich auf Fogans und Nagas zu beachten. Dann konnten wir bei ihm noch eine Quest loswerden. Wieso auch immer. Aber wollen wir uns nicht beklagen. Sind wir froh darüber. Wieder ein paar Tränke mehr. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch da, wenn ja. Und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, Ally Talk spielt Black Desert. Ciao.